Herzlich Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Uiuiui, okay. Die... Na gut, nützt ja nichts. Okay, vor unten habe ich ja ein bisschen Angst. Was da jetzt gleich auf uns kommt. Kann sogar ein bisschen runter gucken, das finde ich gar nicht so schlecht. Ach Mensch, ne ne. Aber da konnte er doch oben eben stehen. Verstehe ich jetzt nicht. Also er rutscht ja relativ langsam runter. Nein! Oh, ich glaube die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Das war nicht schnell genug. Ich komme ja hier inzwischen schon ein bisschen vor wie bei Super Meat Boy. Oh, oh, oh. Komm schon. Nein! Ich muss schneller sein. Die Idee ist gut, der Ansatz auch. Nur die Umsetzung kapert ganz gewaltig, meine Liebe. Oh je. Oh, ich komme da nicht ran gesprungen. Bissi. Schämlich. So, da muss ich vorher schon loslassen. So, jetzt. Ja! Ich glaube es nicht. Ich werde jetzt so was von einen Speicherpunkt setzen. Das glaubt ihr nicht. Geschafft. Moment, der verschießt ja. Dornen hatte ich ganz vergessen. Okay, was ist da oben? Moment, wie war das nochmal? Nein, wie war das nochmal? Komm, hab ich da nicht hochgesprungen? Ach komm, ich will so wie ein Schwein am liebsten jetzt Kisten bauen oder sowas. Die kriege ich aus der Ferne bestimmt wieder nicht und muss eher mal rüberspringen. Oh wow, die hat aber eine Menge ausgehalten jetzt. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Jetzt wäre natürlich hier so ein, ähm, mehr Magnetismus, ähm, ganz gut. Die kommt bestimmt gleich wieder als Spinne. Ich verstehe das nicht. Warte mal, springen. Das war ja, schießen. Und das wäre jetzt speichern, das will ich aber auf keinen Fall. Den Fehler mache ich nämlich immer. Wieso kann ich das nicht? Okay, man hört vielleicht mich hier... Na gut, okay. Dann gehen wir erstmal jetzt weiter. Eigentlich kann ich jetzt weitergehen. Ah, la 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 la. Und... Doch, muss ich jetzt aber... Und toll, die Spinne ist auch wieder da. Aua! Au! Lizzie ist mal ausgewichen. Passiert selten genug. Okay, es ist hilfreich, schnell zu schießen. Oh, danke. Jetzt hat sie mal in unsere Richtung den Mist geschmissen. Ähm. So. Es ist hilfreich auszuweichen. Ich traue mich nicht runter. Doch, da geht's. Ach, du grüne Neune. Das ist ja... Erinnert mich wirklich an Super Meat Boy. Oder das ist eine Fähigkeit, die wir noch bekommen werden. Ah! Wir können noch hier... Genau. Warte. Yay. Oh, schön. Ein Geisterportal. Sehr schön. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Erstmal gucken. Wow! Nein! Und... Mann, jetzt ist aber gut. Schmeiß das nicht noch weiter runter. Das gehört dir doch gar nicht. Oh! 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 So. Das ist effektiver. So. Gucken wir mal ganz vorsichtig. Oh, sachlich. Ich brauche Sprungskill. Gut. Der Sprungskill. Schmeiß das einfach so da runter. Warte. 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 Da ist schon wieder ein Portal. Okay. Wir haben aber nicht... Haben... Doch, haben wir. Haben wir? Haben wir. Was ist das? Einfach nur ein Pilz. Okay. Wie soll ich das denn machen? Ist nicht dein Ernst, oder? Ich kann mir schon denken, was das Spiel will, aber... Da scheitere ich mal ganz stark. Ah! In der Umsetzung! Aua! 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 Oh nein! Das tut mir so leid. Sorry. Ich wollte noch an diese Leuchtkugel rankommen. Mann, schmeißt das da nicht runter! Was? Ah, ich will mal auf die Karte gucken. Da geht es auch nicht viel weiter. Da ist das Geisterbrutal und das ist nicht aufgedeckt. Oh Gott. Okay. Was heißt denn jetzt das nochmal? Ah. So. Ist die Frage, ob sich das da lohnt, ne? Aua! Ah! Mano! Komm, solange wir noch die Energie haben, öffnen wir mal eben das Energieportal nochmal. Danke. Und dann einfach nur für mich nochmal hier speichern. Nein! Au! Ach, uns fehlt der Schlüssel. Ja. Das ist nicht witzig. Da kommen wir nicht drüber. Sag mal, kriegen wir noch einen gewaltigen Sprung oder sowas? Äh. Oh. Okay, hier ist doch bestimmt irgendetwas. Ich weiß nicht. Da unten ist das Teil. Nein! Ah. Okay. Ja, ich weiß. Und wups. Nein! So schnell kann ich mir auch das nicht angucken. Ach so, das ist Gummis Versteck. Ach ja. Lizzie. Lizzie! Tut aus dem armen Kleinen nicht an. Warte, aber kriegen wir das? Wow! Ja, das nützt mir bloß nicht, weil ich nicht rechtzeitig hochkomme. Doch! Oh mein Gott! Vielleicht sollten wir ganz schnell den Fähigkeiten machen. Können wir ja nicht. Können wir ja nicht, weil wir keinen Speicherpunkt haben. Komm, siehst du, das schaffst du. Und jawoll! Okay, was schön wäre vielleicht doch der Magnet, ne? Kartenmarkierungen, Vitalitätseffizienz. Ähm. Stichflammenbrand. Oh, nicht schlecht. Stichflammeneffizienz. Ach so, das würde aber erfordert Stichflamme neu gruppieren. Okay. Ultrageistermagnet. Ultrageistermagnet. Komm. Wir machen erstmal, weil ich so oft hier, ähm, sonst sterbe. Machen wir Vitalitätseffizienz. Gott. So. Au. Au. So. Ich frage mich nur gerade, ob wir irgendwann nochmal einen gewaltigeren Sprung bekommen. Oh. Oh. Besser wäre es erst auf den Stein, glaube ich. Behaupte ich jetzt mal so. Und dann erst. Ähm. Ah. Au. Oh, no. Mond awfully. Mondkröte. Achso, das gilt jetzt wieder was anderes. Okay. Also, wir dürfen nicht nach unten kommen. Entweder muss ich dann nach rechts versuchen, erst mal zu kommen. Oder aber... Nein! Aua! Wieso? Achso, ich habe nur noch drei. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich deswegen kaputt gehe. Verdammt, ich schaffe es noch nicht, darüber zu springen. Aua! Mann! Ja, komm. Dafür sterbe ich einfach zu oft. Okay. Aua! Ich konnte auch nicht mal mehr hochspringen, aber war ganz praktisch so. Ach, komm schon! Nein! Oh, komm! Ja, ist auch nicht besser. Die Seite. Warte mal. Ach, die grüne Neune. Ach, die grüne Neune. Na, das wird ja lustig. Okay. Oh, das war knapp. Jawohl! Wir haben das Kartensteinfragment. Jetzt können wir... Genau, einen neuen Bereich der Karte... Jetzt muss ich erst mal zurückkommen. Okay, ich speichere hier unten nochmal. Und die Frage ist, was auf der anderen Seite ist, ne? Oh, ich kann doch nicht mehr hochspringen. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Komm, Ori. Oh, 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 oh. Wir sind hier schon gestorben. Dann muss ich ganz ehrlich sagen. Wow! Ach, der ist da schon. Ich brauche Leben. 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 Wo ist er denn? Ey, du Blödmann. Wow! Verdammt. Ich hätte vielleicht erst das Kartenfragment zurückbringen sollen. Müssen wir jetzt hier kämpfen? Müssen wir irgendwie? Wir kommen ja hier sonst nicht raus. Verdammt. Oh ja, das hat Schaden gemacht. Aua! Nein! Ich tue es trotzdem. Komm, aber jetzt weiß ich... Stimmt, ich brauche ja hier leben. Das war ja... Schnell. Ein bisschen aufsammeln. Komm, lass sie einmal rausbrechen und... Jawoll! Aber das war nicht viel. Ich muss... Aua! Ach, komm schon! Okay, dann eben nicht. Geh weg. Ich möchte erstmal eben gucken, was das Kartenfragment macht. Ich wage aber zu bezweifeln, dass ich da jetzt mal eben so hochkomme. Aber gut, wir haben ja da einen Speicherpunkt. Was soll's? Was? So, Achtung! Wow! Wow! Hab Angst! Okay. Okay. Gut, jetzt gucken wir mal eben, was das Kartenfragment macht. Ja. Jawoll. Jawoll. So. Was zeigt es uns denn an? Wow! Okay. Mhm. Mhm. Juju. Okay. Okay. Aber letztendlich... Müssen wir uns niemals aber erstellen, dem Vieh. Okay. Nee, das hat damit nichts zu tun. Okay. Ähm. Gut, dann gucken wir jetzt eben nochmal eben auf die andere Seite, was da auf uns wartet, außer zerquetscht zu werden. Was ist hier ein Kristall? Ähm. Dann setzen wir hier mal eben hier einen Speicherpunkt. Okay. Pass auf. So. Ja. Das haut hart aneinander. Alles klar. Oh! Nope! Nein! Ah, da weiß man nicht, in welche Richtung man springen soll. Okay. Komm schon. Oh! Oh! Oh, wow! Okay, dann könnte man, glaube ich, hier gar nichts machen. Dann gehen wir mal eben rechts hier hoch. Wow! Oh! Huh! Oh! Hold auf! Oh! 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 Vielen Dank.